Und gibt Stoff mit dem BGL AL 345. Wie soll es so anders sein? Heute habe ich auf der Stadtbuslinie 4 die gleiche Einsatzpaarung wie am reichen Hall. Wie vor ein paar Tagen. Da liefen nämlich auch AL 390 und AL 345. 6.1-2 bis 9. bis 10 bis 15. en BGL AL 5ABY AL 5ABY AL 6ABY AL 25. 4.1 Königs 8 1 und Bull 1 bis 15. 5.1 bis 10 bis 15. 6.1 bis 15. 5.2 bis 20. 7.1 bis 15. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rundfunk Sollte Das ist so schön. Okay. Die Linie 4 in Reichenhall könnte im Handumdrehen meine Lieblingslinie werden. Wenn ich der AL 390 fahren würde oder der 838, ich meine der hat auch die Fenster zurückleistert. 345 ist mein aktueller Lieblingswagen. Das war eine Mitfahrt im BGL AL 345 auf der